Nee, Sonne kostet... AAH! Die Spinne! Oh mein Gott, wie fett! Sonne kostet 2,1 Millionen. Du hast keine Fliegengitarre, oder wat? Ja, wie seine Spinnen... Das Fliegengitarre... Von wo kommt die Fliegen... Von wo kommt die Spinne überhaupt ins Zimmer rein? Hilfe! Sie krabbelt da so hoch. Leute, die ist zum Durchmesser... 3 cm. Also schon ekelhaft. Nicht so kleine... Nicht so ne kleine Dinge. Hey! Auf einmal, ich seh so Schatten. Ey, Schatten krabbelt da so hoch. AAAAAAA! Ich brauche was zum Töten. Sonst verliere ich noch wegen der... Nein! Das Ding ist, ich will nicht, dass das jetzt an der Wand kacke ist. Wie schnell ist sie? Oh mein Gott! Ja, ich hab schon gerechnet. Ich hab schon da gerechnet. Nein, nicht verlieren sie. Boah, das sind grad einer günstiger Einstieg. Leute, ich brauch Garincha sowieso. So, es gibt noch eh ein weiteres United-Spiel. Bitte! Ja! Ich mach keinen Verlauber jetzt hier. Alter! Traden mit Eli. Vor einer Stunde geholt, wieder verkaufen. Ich mach auch keinen Fall. Ja, ich mach keinen Fall. Hilfe! Was soll ich machen? Ich nehm die Flasche. Ich mach keinen Fall. AAAAAAA! OOOH! Hier ist nicht auf mein Finger gefallen. Ich sitze hinter dem Pult. Jungs, sorry, dass ich das schreiben musste. Ich hab noch nie so laut geschrien. Ticker, sie war genau in der Rille so. In der Wand. Ecke so. Auf Rille. In der Rille. Ich halte die Flasche ran. Sie fällt runter. Ich spür nur an meinen Fingern. Oh mein Gott. Leute, hier. Ecke, ich muss doch noch irgendwas im Verein haben. OOOH! 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 Ich liebe Schreib mal nicht rum. Ich muss nicht stummen. Junge! Ich kann grad nicht anders. Puh! Die ist jetzt hinter meinem Pult irgendwo. Ja, Chat. Ich glaub, wie sie aussieht. Wie heißt das? Alle haben sich nicht gestumpt. So. Ich bin wieder da. So, jetzt zeig ich euch, wie entspannt ich geblieben bin. Am Samstag in der Weekend League, Freunde. Äh, am Sonntag war das. So. Guck mal, ne? Ich bin natürlich kein Dora-Junge so, ne? Guck mal, das Ding hier. Das sieht gerade clean aus. Na, hier sieht alles gerade clean aus, so nach dem Motto. Und jetzt schaut euch dieses Loch an, Digga. Freunde! Hahaha. Das ist zu viel. Leute, das ist halt eh, ne. Das war nicht so geplant. Jetzt mal Spaß beiseite. Das war echt nicht so geplant. Yo, er kickt mal eben mein... Oh mein Gott. No fucking way, Digga. Oh mein... Er hat einfach meinen Spieler weggekickt, Digga. Er hat einfach meinen Spieler weggekickt. Es ist so krass. Das ist das letzte Spiel, ne? Hier, Haaland. Für dich. Ey, der war drinnen! Ey, warum habt ihr denn... Ey, der ist geworfen! Der war drinnen! Was ist das? Was ist das für ein Freistoß? Oh mein Gott! Was war das für ein Freistoß? Ja, das war ein Dinho-Freistoß, Alter! Oh! Noch ein Torts-Walkout! Was ist hier los? Oh! England! ZM! Henderson! Hohohoho! Alter! Ich zieh komplett Liverpool! Willst du mich verarschen? Was geht denn hier ab? Hahaha! Junge! Das geht... Alter, das geht uncut auf YouTube! Ich schwör's euch! Ich hab das noch nie gesehen! Was geht denn hier ab? Digger! Klippt das eine Zusammenfassung aus meinem Wochenende? Klaaaaaar, Bruder! Johohohohoho! Wahrscheinlich kommt der perfekt in den Fuß, oder? Das ist dasselbe Spiel! Das... Ich... Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll! Ich weiß wirklich mehr... Ey, es ist kurz vor zwölf und mir fehlen die Worte! Mir fehlen die Worte! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Perfekt verteidigt! Oh mein Gott! Perfekt verteidigt! Das tut richtig weh! Eieiei! Wow! Was? Elfmeter! Was? 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 Picard ist wie die Worte trank? dementia «Messi» ausение zucruieren, was? Was? Was ist unsere 있는 Western und cier asse Zgencezieren? Jungs, wieder Workout? Messi! Ja, man, Jungs, mitten im Livestream! Mitten im Livestream, wir haben ihn! Was? Ne, man... Ich lieg jetzt zurück wegen der scheiß Spinne! Was? Was hast du da für'n Pult? Bist du Lehrer oder was? Lehrer Pult? Sag doch einfach Schreibtisch! Was für'n Pult? Pult, Alter! Wer red denn für'n Pult? Pult ist doch für'n Lehrer! Ich hab' ne Spinne auf meinem Pult! Was für'n Pult? Was soll ich Pult sagen? Noch nie hab' ich Pult in mein Leben benutzt! Ich schwöre, du hast'n Pult gerade! Scheiß! Die hinter meinem Pult hast du da! Pult! Die ist jetzt hinter dem Pult! Die ist jetzt hinter meinem Pult irgendwo! Spinne hinter meinem Pult! Bist du Lehrer oder was? Ich hab' mein Panzer vergessen! Hab' ich wirklich gesagt! Nein! Alles, schreiben das im Chat! Spaß! Was ist 8k? Was ist 8k? Pult! 10 bis 20 im Amst! Nee! Ui! Junge! Steffen! Ist das dein Ernst, Alter? Also wenn ich da jetzt keine Blitze im Chat sehe, dann mag' ich hier direkt wieder aus und hol' mir diesen Traorier auf meinen Account rüber! Der beste Torhüter! Die Gea! Nein! Ich hab' nicht aufgepasst! Oh mein! Oh mein! Oh mein! Oh mein! Oh mein! Oh mein! Das könnte schon FIFA Deutschland, Alter! Steffen! Oh mein! Ich hab Sala! Ich hab Sala! Upgrade Pigs! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ecke Goal! Ich hab einfach Ecke Goal gemacht! Wenn ich jetzt ein Tor bekomme... Was, Pico? Noch lange? Wie kann ich streamen? String-Sniper! 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 FIFA Deutschland! Moin Moin! Oh Simon! Simon! Ja Simon! Nein! Nein! Die Flasche ist ausgelaufen! Ey guck bitte! Oh mein Gott! Nein! Scheiße! Ich muss das wischen! Was zieht im Boden ein? Ey! Hast du gesehen? Wie der dem vorbeischießt? Ey! Scheiße! Wolltest du nur... Demist du bist halt... Roberto Blanco? Was? Roberto Blanco? Kenn ich keine! Gibt's nicht! Rotbin sagt... Gibt's nicht! Was lacht denn hier? Hat der mich hops genommen oder was? Was? Untertitelung des ZDF, 2020